Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Destiny, die jetzt ein bisschen leiser wird, weil es ist schon, äh, äh, spät. Ach, spät, stell nie an, mit 0 Uhr. Ja, meine Eltern schlafen und so, und wie würde ich jetzt nicht aufwecken, weil sonst werden sie sauer. Dann werden die gepuncht. So, Zombie. So, du darfst ja wieder aufnehmen, ne, wir haben ja 0 Uhr, du darfst ja wieder eine Sachen wiederholen. Oh, hier ist schon ein Schokobo, hier schon. Ja, aber scheiß auf Schokobos. Ja, aber das will ich, das werde ich mir jetzt sofort denken. Snacken. Meine Sachen sind auch da, hat keiner mehr gespielt anscheinend, weil die war, also hat man gerade den Restwreen gesehen. Und ich sprinte jetzt sofort dahin. Und die Sachen sind weg. Oh, ich habe mein Level, meine Level behalten. Was ist das denn? Sind die Sachen weg? Bitte, komm, bitte. Nein, nein, sie sind noch da. Verdammt. Hättest du sagen können, sie sind weg? Ja, sie sind weg, sie sind weg. Okay, ich finde es geil. So, was sollte ich denn machen? Sterben wollte ich eigentlich. Okay, der Gottschöp. Oh, ich habe vergessen, die Musik erst zu machen. So, ich habe nämlich eine kleine Playlist erstellt in mühevolle Handarbeit und habe 20 Liter da reingezogen. Boah, meinst du das reicht? Erstmal nicht. Erstmal. Erstmal schon, meine ich. Ja, ja, erstmal. Doch, doch, doch. Achso, ich habe ja... Wider sind alle ohne GEMA und so. Nein, sind sie nicht. Eigentlich ist es hier ja jetzt voll das diplomatische Gespräch so zwischen König und König oder... Oh, wow. Bürgermeister, Bürgermeister. Du meinst eher zwischen vogelfreiem Söldner und König und König. Ah ne, du bist ja König der Toten, ne? Oder wie war das? Nicht alle sind gestorben. Ah, noch nicht. Das darfst du so gar nicht sagen. Noch nicht. Und hoffen, dass mich das Skelett nicht direkt wieder tüttet. Das wäre nämlich mehr als peinlich. Das wäre lustig für mich wieder. Weil dann dürften wir gar nicht mehr zusammen aufnehmen, weil du stirbst ja dann immer, wenn ich mit dir aufnehme. Irgendwie. Ah, das Skelett ist aber weg. Schade. Und da wird es fröhlich. Schade für dich. Das passt ja direkt. Ich glaube, ich muss die Musik um einiges leiser stellen, aber das mache ich jetzt nicht hier in der Höhle. Na ja, über die geht es. So, erstmal da hochschwimmen. Wie ist eigentlich so ein Vulkan? Was hältst du eigentlich von so einem Vulkan? Moment, Moment, Moment. So, ich muss jetzt hier erstmal... Sterben? ...schnell aus der Höhle raus, weil man hört dich gerade gar nicht. Wegen der Musik. Ach doch, das geht nachher. Glaub mal. Was doof ist, ich habe die Musik schon auf 1% stehen. Was? Habe ich TeamSpeak leiser, sonst muss ich dich lauter drehen? Nee, nee, nee. Wird bestimmt nur an den Sounds liegen. Ja, die Musik gerade war halt so richtig hier ruhig und episch. Ach so. Jetzt bist du vielleicht viel zu laut, keine Ahnung. Nö, das wird schon klappen. Deine Soundqualität ist ja vielleicht jetzt nicht mehr ganz so gut, aber passt schon. Na ja, das ist egal. Sind ja nur meine Zuschauer. Ja, die müssen das abkönnen. So, dann müssen sie eh... Bei mir ist das ja was anderes. Dann geht's ja einigermaßen. Das ist ja jetzt auch nur, jetzt mal sehen, wie das mit der Musik-Sansa macht. Ja. Ich werde jetzt hier erstmal wieder rausgehen, weil ich habe in einer anderen Aufnahme gesehen, dass jemand gegen die Regel verstoßen hat. Und in der Stadt gemeint hat nämlich der Herr Sebastian, aber er hat da Diamanten gefunden und die wird ihm jetzt einfach klauen. Was? Und ich bin hier. Ich bin gerade aus der Höhle rausgekommen. Was machst du, Klaus? Das haben wir vorher schon abgesprochen. Ach so, das ist eure Regel. Nicht in der Mine-Farm. Beziehungsweise nicht Farben im Raubgebäude. Nee, nicht in der Stadt-Farm, habe ich gesagt. Ja, oder Stadt. Damit das halt nicht so hässlich wird alles. Ich bin jetzt nicht immer wo ganz anders jetzt nach dem Piraten-Schiff, aber jetzt ein ganz kleines. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Geht ja gar nicht. Ähm. Oh, was ich jetzt sollte vielleicht. Ach, mein Schwert ist nicht mehr da. Hat ich ein Schwert überhaupt? Ein Eisenschwert? Ich heiße doch ein Eisenschwert. Ach, das hat mir ein Skelett ja geklauft. Naja. Da war ja nichts. Ich mach mir jetzt hier ein Skelett. Wo kommt ihr denn her? Alter, tötet mich nicht. Tötet mich einfach nicht. Los nicht. Tut es nicht. Boah, das wäre jetzt mies, Alter. Ich finde, das war ein sehr böses Skelett. Aber naja. Was ist gemein, wäre ihr zu sterben? Als kugelfreier Söldner. Ja, das ist ja egal. Oh, ich wäre gerade fast. Oh, ich muss auf jeden Fall eine Schaufel und eventuell packen. Das Problem ist bei dem Stuff immer. Oh, das ist ja nächste Tower. Da kann ich mich direkt umbringen. Machst du auch bitte. Nein, also es wird quasi Selbstmord. Wenn wir hier bei uns umgehen, wir sind halt in so einem Dschungel. Und da sind mega viele Treibsallister. Aber Treibsallister, kommst du gut mit einer Hauptschot raus. Also als kleinen Minimal-Tipp. Ja, aber wir haben noch keine. Achso, du hast noch keine. Nein, natürlich nicht. Ich habe vor 30 Spielen nur angefangen. 35. Ich hätte ja eine geliehen. Mir scheißegal. Du bist ein bisschen weit weg. Ich habe jetzt übrigens die Map wieder angemacht. Also wenn du mich wieder stalkst, dann kannst du... Na gut, dann stalk ich dich. Alter, wo kommen die ganzen Skelette her? Dann kannst du die Koordinaten sehen. 8500.000 ungefähr. Ja, ich popse ja. Ich habe zumindest die Stadtkoordinaten. Ich werde euch mal als Vogelfreier besuchen. Genau, macht das ruhig. So, jetzt muss ich hier gucken. Hier war auch ein Spawner, das war ein anderer, glaube ich noch. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Lacker-Läsicht... Ja, die sind schon steckt. Es sind schon Häuser gebaut worden, kleine. Ja, bei euch geht es richtig gut ab. Ja, habe ich das Gefühl. Ich muss die Creeper töten. Na, töten. Das ist mein Schwert. Wie süß. Und er ist explodiert. Ach, wir haben Creeper-Explosions aus. Das sollten wir vielleicht noch ändern. Haben wir die aus? Lass sie mal aus. Weißt du, warum? Die Tower geht auch nicht kaputt. Also Explosionen nicht, aber... Das wäre ja ein bisschen schießen schon, ne? Nein, warum? Der Tower, der bleibt ja am Leben, der Typ. Beziehungsweise der stirbt ja, aber der Tower geht nicht kaputt. Ach, ist das hässlich, was die hier gebaut haben. Leute. Hoffentlich haben die nicht die Diamanten gefarmt. Sie sind auch da. Oh, da kommt ein Skelett. Na? Genau, Box das andere Skelett runter. Geil. Ja, Sebastian, wer gegen die Regeln verstößt, der verliert drei Diamanten. Boah, du hast hässlich. Ich glaube, du gleich sechste. Dann kannst du dir einen Giant-Diamant-Sport machen. Ja, ich habe nur drei. Ach so. Hm. Gehe ich einfach in eine Hübele. Alter, Level 43. Ich weiß nicht, ob ich... Ich mache mir jetzt am besten noch einen Iron-Diamant-Sport. Würde ich auch einen Big-Name. Da kannst du so blocken. Ein Iron-Big-Sport. Ja, ich mache mir dann einen Diamond-Big-Sport. Aber erst... Ich habe nur zwei Eisen momentan. Ja, nicht Big-Sport, nur Giant-Sport. Weißt du, warum? Dann kannst du mir blocken. Ich weiß, aber ich habe nur zwei Eisen. Und dann gucke ich jetzt noch... Dann suche ich jetzt noch sechs. Ja, die sechs geht noch schnell. Beziehungsweise die vier. Alter, stirbt doch einfach mal. Nein! Ne Boss-Spinne, Alter! Ne Boss-Spinne! Was? Das hast du Spinnen so schon. Alter! Ich muss hier weg! Ne Boss-Spinne! Ich habe keinen Bock zum Bauen. Ich habe keinen Bock zum Bauen. Ich muss was essen. Alter, ich will nicht drauf gehen. Und nicht als Vogelfreier. Du bist ja noch nicht offiziell vogelfrei. Ne, aber ich bin, glaube ich, der erste und der einzige Vogelfreier. Ja. Das ist allerdings wahr. Das wird doch, glaube ich, so sein. Oh. Der fasst schon wieder in der Dingsgang. Meine Güte! Jungs, gib mir mal kurz einen Moment nicht auf den Keks. Aber ich muss gucken, dass die Zeit hier vorne bleibt. Das Team-Spick mir nicht vor sieben Minuten. Na, genau sieben Minuten. Beziehungsweise acht. Naja. Hast schon. Oh, hast noch ein Engelarmor. Meine Güte! Das Skelett, ey, du näher hast. Das Skelett. Ja, gut. Willst du mal bitte sterben? Nein. Nicht mit 45 Leveln. Ja, nicht ich. Äh, nicht du. Das Skelett hier. Jetzt geh an die Tasche runter, Skelett, danke. Ich werde ich von zwei Seiten. Das ist auch ein Drama. Ne, das ist ein normales Skelett. Nei. Mach ich das erst mal flatt. Klar. Jetzt schon wieder zu sterben. Leute, ich hab nur noch zwei Leben. Ja, komm. Ich hab nur noch ein halbes Leben. Bitte, bitte. Nein. Ja, geil. Jawoll. Alter. Skelette, meine Herzbeine. Hey. Bist du gestorben? Ja. Weißt du, was das lustige ist? Du musst jetzt wieder den ganzen Tag warten, ne? Und in der Zeit werden meine iPhone-Key spawnen. Japp. Oh je. Außer ich mach mich auf den Weg mit dem Electric-Sub in deine Richtung. Joa. Das war's dann. Bis. Dann hast du deine IP aufgeschrieben, beziehungsweise guck dir das Video an, wo du genau gestorben bist. Dann kannst du den auch in der Gruppe schreiben. Ich weiß, wo ich gestorben bin, ja. Nein, Alter, ich sterbe gleich auch. Okay. Nein, 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 da unten ist er. Nein, 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 nein. Ha. Schlecks. Alles klar. Boah. Ich würde dann mal sagen. Nein. Was, nein? Alter, jetzt hab ich so'n Scheiß-Zombie, welcher Sticky hat, der das Schwert wegzieht. Egal, ich hab nur ein zweites Schwert in der Hand gehabt. Ich wusste, dass dieser Moment kommen wird. Dass ich den auch mit ner Faust schlagen muss. So, nur mit ner Spitzhacke. Meine Sachen sind alle weg. Ich bin nicht mehr traurig. Ey, irgendwie finde ich das jetzt schon wieder lustig, ne? Das waren vor allem nur zwei Skelette. Alter, ich kämpfe gerade gegen vier Zombies und so'n Scheiß. Ja, aber du bist schon um einiges besser ausgerüstet. Naja, ich sollte das jetzt die Folge mal beenden. Also, tschüss. Ich bin nicht um einiges besser. Von dem Aufbau her. Vor allem, das kann man auch so graben. Das hat zur Folge gepasst. Ey, soll ich mal was sagen? Haha. Ey, das ist nicht dein... Weißt du? Jedes Mal. Beziehungsweise nicht jedes Mal, aber wo wir jetzt gerade alles aufgenommen haben. Bist du gestorben. Ich nehm nicht nur mit dir auf. Ne. Ey, warte mal. Du darfst morgen gar nicht aufnehmen, ne? Ja, heute. Ja, heute? Ja. Creeper. Haha, da kannst du gar nicht mit Marco und so aufnehmen. Wollte ich auch nicht. Zombie-Apokalypse. Now. Wo kommen die ganzen Gegner her? Ridge Mode. Alter Junge. Wo kommen die ganzen Viecher her? Ach, kacke. Ja, ich bin dann auch mal auf dem PS und renne. Ja, alles klar. Ich bedanke mich dafür's Beisein, ne? Dann war das erstmal. Und, äh... Ja, und ich bin gleich auch tot. Oh, das will ich noch nicht bekommen. Nein. Ich bin nicht gestorben. Der Creeper hat mich gerettet. Oh. Nein! Fünf Herzen? Okay, geil. Ich will hier nicht so viel Zeit auf dem Server verbringen. Je mehr Zeit ich da verbringe, desto mehr Chunks sind geladen. Ja. Aber deine Sachen sterben doch eh. Ja, wenn die anderen... ...mich die Sachen einsammeln. Ne, da hast du ausnahmsweise recht. Aber ich glaube, das wird doch passieren. Ich glaube, das machen wir nicht. Ich glaube, da brauch ich gar nicht runtergehen, ne? Der Tower, der ist doch voll gemüllt hier. Da komm ich doch gar nicht mehr runter. Wobei, sie könnten vielleicht meinen Grabstein nehmen. Es gibt ja keine Regeln von der Zeit, wenn man dann weiter aufnehmen darf. Nein, nein, nein. Es geht ja nur, den Grabstein wieder in der Stadt zu haben. Genau. Das heißt, dann könnte ich wenigstens die Stadt wieder aufnehmen heute. Könntest du allgemein ja dann aufnehmen wieder. Genau. Das wäre ja dann eigentlich richtig. Alter, wo kommen die ganzen Zombies her? Ich kriege einen Raster. Alter, lass mich doch mal in den Spawn abbauen. Lass mich doch mal in den Spawn abbauen, du blöde Skelett. Alter, lass mich doch mal in den Spawn abbauen. Ich mach langsam, äh, Dingsen. Ne, ich mach den Tower im Svenne. Okay. Du, 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 doch, das, 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 das geht auch. Ja, das kann sich auch in den 10 Minuten fahrt machen, wie war so. Ja. Ne, da, in die Kiste noch nicht dran gehen. Na, ich mach die Folge eben noch zu Ende, das ist okay. Skelett, alter, nerv nicht. Mann, Skelett. Wie soll es das Photoshop geöffnen? Weiß ich nicht. Oh, schon wieder Battle Goal im Tower. Alter, nein, alter, willst du mich grad ärgern? Der nächste ist down. Alles klar. Der nächste Tower durchgewascht. Und eine zweite Scale-Rüstung. Kannst du mir ja dann geben. Nein. Da hab ich schon alles verzaubert und so. Ne. Oh, was hab ich denn da noch gekriegt? Oh, und zweiten Staff. Was ist in der Kiste drin, ne? Wow, Magic Seeds. Geil, 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 geil. Ja, das hat sich auch wieder kräftig hier gelohnt. Affen, geil. Ich könnte dir eine Scale-Rüstung geben, klar. Aber das kostet. Das weißt du, ne? Oh je. Das kostet mir Immunität. Oh mein Gott. Ja, das ist schrecklich, ne? So, ich werd ihm den Tower noch verlassen und dann werd ich dort die Folge wenden. So. Oh, hier sind Eisbären, geil. Polarbeeren. Gut. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch mit Aron-RP, da er wieder leider gestorben ist, ne? Ja, Aradon. Aradon, ja, ich komm da noch nicht drauf. Wie weiß ich jetzt? Ist ein Element, ein radioaktives Element. Ja, Aradon-LP, ne? Genau. Ja, gut. Hast du noch ein letztes Wort zu sagen? Außer, dass du wieder gestorben bist zum zweiten Mal mit mir? P-LP, Schäfer-Penis. Achso. Ja, das war mein letztes Wort. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss. Tschüss.